So gefällt mir das. Sturmwind. Verlangsamung, Anzahl Angriffe, Schaden. Verwahren. So. Dann damit weghauen. Dann würde ich sagen, verteilen wir hier Heilung überall. Zack. Und versuchen unseren ursprünglichen Plan, diese Berggipfel zu überqueren, wieder in die Tat umzusetzen. So. Eigentlich will ich den nicht da mit angreifen. Das gefällt mir nicht. Du kannst den angreifen, weil du sowieso ein Level abbekommst. Und wirst geschickter mit Pilum? Ja, du sollst dich schneller fortbewegen. Sonic soll schnell sein, also gehen wir auch voll auf Bewegung. Okay, so weit, so gut. Den ersten Angriff haben wir abgewehrt. Ich hoffe halt nicht, dass das wirklich jede Nacht neue Chargen an Einheiten gibt, weil dann habe ich echt ein Problem. soo. So. Alpha geht jetzt hier weiter gucken. Und zwar noch nicht. Wir haben so ein Bruchstück der Karte erkundet und haben 24 Runden hinter uns. Nice. Wenigstens bewegen die sich immer nur ein Feld pro Runde. Wo kommt der Typ her? Stirb. Du brauchst den ja nicht mal töten für dein Level ab. Schneller im Nahkampf. Was haben wir hier geschickt? Der mit Armbrust. Das wäre ein zweiter Armbrustangriff. Äh. Wartet mal ganz kurz eine Sekunde. So. Sorry für den kurzen Cut. Ich musste mich mal ganz kurz um was kümmern. Ähm. Was wollte ich ihm geben? Äh. Genau. Ich wollte gucken, was macht Magie. 6, 4 Schattenpfeile. 5, 3. Ähm. Oder geschickter als Wirbelwind. Wie viele Bewegungspunkte hast du eigentlich? 9. Das ist eigentlich okay. Mach erstmal schneller im Nahkampf. Und ich hatte auch noch eine Idee. Und zwar. Vorrat prüfen. Wir haben ja hier Essenzen. Bewegt dreifachen Schaden im Nahkampf gegen Untote. Dunkle Aura. Feuer, Kälte, Arkan plus 60%. Heilung, Regeneration, Asche, Brand. Und. Hm. Ich hab nichts, das Schämen gibt. Okay, schade. Ich hatte geguckt, gehofft, vielleicht irgendwie Schämen oder so zu finden. Als, äh. Fähigkeit. Weil dann könnte ich mit Alpha deutlich besser erkunden, auch nachts ohne Angst haben zu müssen. Von tonnenweise Untoten angegriffen zu werden. Äh, geistern, meine ich. So, Fakt ist, dass wir den Typen da töten müssen. Damit zum Beispiel. So, wie sieht's auf der Heilungsskala aus? Wer braucht, wer, wer, wer hat noch nicht, wer will nochmal. Ähm. So, wir ziehen uns hier zurück. Und wir überqueren jetzt diesen, diesen Gebirgspass hier. Irgendwie, du kommst da nicht drüber, ne? Das ist ein Problem. Äh. Wann können wir alle mal zum Boss machen? Gerade noch nicht. Dann mach ich erst mal nächste Runde. Die kommen ja alle nicht durch. Pfff. 111. Tschüss. Tschüss. Alpha rasiert. So, Abenddämmerung. Die Geister sind zum Glück alle noch weg. So, jetzt hab ich zumindest mal hier dieses kleine Viereck erkundet. Wir können hier direkt explosiven Fädenfeuer ein bisschen aufräumen und dann eine, äh, direkt den Rückzug antreten und sind quasi wieder sicher. Was haben wir hier? Handschuhe der Auszehrung. Ah, es ist auch, wir kriegen auf jeden Fall ein paar gute Items hier. Dann würde ich sagen, positionieren wir uns fassend für Heilung. Den Typen müssen wir irgendwie anders kriegen. Also er kommt hier nur mit dem Teleportieren rüber. So. Den Rest lasse ich jetzt hier schon mal in die richtige Richtung laufen. Wir haben ja Zeit. Topaz nehme ich auch mit, wenn wir gerade da sind. Okay. Es gibt zwar noch tonnenweise von diesen schwarzen Sälen, aber das ist in Ordnung. Wenn wir die erstmal alle weg haben, dann haben wir auch das größte Problem beseitigt. So. Kurzes Dunkel ist das nur. Alpha geht weiter auf Erkundungstour. Liegt ein bisschen Gold rum. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber ich würde gerne mal ein bisschen weiter nach Norden kommen. Ich wüsste halt schon gerne, was wir da sonst noch so kriegen. Warum sollte ich nicht mit dem Feuerball angreifen, ist die Frage. Und du tötest die. Sehr gut. Dann gehe ich wieder mit Lethalia nach vorne. Mache wieder den Massenangriff. Hab einen gekillt. Und ziehe mich zurück. Das hat doch ganz gut funktioniert. Hier könnte ich mit dem Rückstoß angreifen. Ich brauche mal ein besseres Schwert für Doomlord. Der ist dood. Meilung dahinter. Den schütze ich auch direkt mal von allen Seiten. Ich glaube, das ist nötig. Okay, und dann bleiben wir erst mal hier stehen. Müssen wir den Rest auch noch wegkämpfen von denen. Oh nein. Lethalia wurde gekillt. Das war aber echt tragisch, dass die das nicht geschafft hat, den zu... Hallo. Nicht zu töten. Denn eigentlich sollte sie das schaffen. Ja, ich habe vergessen, dass der von da oben auch dran kommt. Ich meine, der ist so low. Wie hat der es geschafft, sie zu töten? So, und dann was hatte ich gemacht? Das da, ne? Letztes Mal war das besser. Warum lebt der immer noch? So, Heilung. Heilung. Weiterlaufen. Ja, mit einem Angriff, der nur zwei Schaden macht, sollte ich den Typen nicht angreifen. Also brauche ich doch Silas nochmal ganz kurz. Da ist die letzte Runde besser gelaufen. In jedem Fall will ich aber mit Alpha hier wieder weiter rennen. Schlopp. dass wir mal ein bisschen mehr hier sehen können. Warum? Warum stirbt Lethalia jedes Mal an dem Typen, der fast tot ist? Machen wir das anders. Nämlich Bewegen wir Lethalia hier nach hinten. Hier kann sie nicht angegriffen werden. So. Der kann zwar von dem Bogenschützen angegriffen werden, aber das ist okay. Der da ist jetzt ultra low. Und jetzt ist er tot. Hier ein bisschen schützen. Nochmal mit dem Magieangriff draufhauen. Und dann den Bogen. Schön. Okay. So weit, so gut. Die bewegen sich alle weiter. Es ist ein Glück, dass diese normalen Einheiten so lahm sind. So. Jetzt geht das wieder los. Geisterschau. So, aber ich würde trotzdem gerne mehr sehen. Okay. Und tschüss. Wir haben wieder neue schwarze Rittertypen gefunden. Herrlich. So, noch wirkungsvoller mit Magie. Herz aller Liebst. Immerhin, wir haben die Reiter gefunden. Die nächsten. Bis zu einer Zeit. Die brauchen jetzt ein ganzes Weilchen, bis sie hier sind. Zum Glück. Damit kann ich arbeiten. Nichtsdestotrotz sollte ich mir hier langsamer ein bisschen Er hat mit keinem seine Angriffe getroffen. Uh. Okay. Kannst du schon wieder alle Mann zum Boss machen? Nein. Sollte aber auch nicht mehr allzu lange dauern, bis er das wieder kann. Dann rennst du fürs Erste einfach nur weg, weil du nicht über die Bergkuppe kommst. Okay. Soweit, so gut. Du brauchst Heilung. Du brauchst Heilung. Du kannst den da noch angreifen und hoffentlich töten. Genau. Und wir haben es fast geschafft, über die Bergkuppe zu kommen. Ein Hoch auf uns. Oh mein Gott. Da sind auf jeden Fall wieder ein paar Lanzenreiter. Wo kommen die alle her? Und vor allem werden es irgendwann auch mal weniger sein. Das ist die Frage, die ich mir sogar noch mehr stelle. So, das sollte aber auch die letzte Geisterrunde sein, weil es ja nur das kurze Dunkel ist. Wir müssen auf jeden Fall eine Runde zurückspringen. Aber ich wüsste gerne, ob die jetzt wirklich dann wieder verschwinden. Ich denke nämlich, ja, tun sie. Zum Boss teleportieren können wir jetzt auch wieder machen. Das ist gut. Alpha kann, könnte sich irgendwo verstecken. Okay, dann erstmal zurück zur Runde 28. Ne, 27. So, wie der ein oder andere vielleicht gemerkt hat, war gerade eben ein kleiner Cut im LP hier. Das liegt daran, dass ich leider weg musste. Sorry, dafür normalerweise breche ich die Aufnahme nicht ab, ohne vernünftig eine Abmoderation zu machen, aber ich musste mich um etwas kümmern. Ist jetzt soweit geregelt. Auch sorry dafür, dass gestern keine Folge kam. Der ein oder andere wird sich eventuell noch erinnern, dass ich normalerweise irgendwie so zwei Wochen oder so Puffer in meinen Westnotfolgen hatte. Aktuell komme ich einfach nicht dazu, weil ich so viel zu tun habe, dass ich keine Zeit habe, mir einen Puffer anzueignen. So, aber bevor ich jetzt hier noch weiter drum herum rede, wir haben, ich habe uns in einer ziemlichen Chaos-Situation zurückgelassen. Wir sind im kurzen Dunkel. Das heißt, es werden gleich ohne Ende Einheiten auf uns einregnen. Und ich muss mich hier irgendwie freikämpfen. Also, zum einen müssen wir unseren wahrenwitzigen Ritter hier wegbringen. Zum anderen befürchte ich, dass es nicht möglich sein wird, diese ganzen Geister hier loszuwerden. Äh, Lethargie. Das ist ja schon mal richtig gut gelaufen. Das Spiel leckt auch wie die Hölle wieder. So, du bist Hans, also wirst du wirkungsvoller mit Magie. Wir müssen diese ganzen Gammel-Einheiten hier loswerden. So, ich stelle den Zwergenheld noch dahin als zusätzliche Sicherheit. Dann gehst du nach oben. machst von hier aus einen Massenangriff. Ziehst sich wieder ein Feld zurück. Zidas tötet den. Müsste der sich nicht noch einen Punkt danach bewegen können eigentlich? Scheinbar nicht. So, und wir stellen uns außer Reichweite von denen. diese Kampagne, dieses Szenario ist puh. Ich meine, es sind 27 Runden vorbei und wie viel haben wir erkundet? So ein Minifiek hier unten. Und es wird auch nicht schöner. So, da oben kommt die nächste Reiterkohorte, weil wir noch keine Probleme hatten oder so. Oh Gott. Wenigstens räumt Alpha da hinten auf. sie haben halt echt viel zu viele von diesen Geistern. Die sind zwar jetzt nächste Runde direkt alle weg. Und die hier oben, was haben wir? Wir haben hier einen der miesen Reiter. Zum Glück nur einen. So, ich kann mit Alpha da oben nicht wirklich was ausrichten gerade. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Richtung hier ein wenig weiter erkunden. Dass wir zumindest sehen, was die da oben machen und sie eventuell auf eine falsche Fährte locken können. So. 43 1. Das passt perfekt. So, jetzt möchte ich, ihr könnt euch alle eh nur ein Feld bewegen. Das ist ganz gut. So, dann würde ich hier gerne Heilung hinstellen. der Typ da nervt. Wo ist Ephraim? Da. Ich stelle sich mal hier hin, dann kann er den Schwertkämpfer unterstützen. So, der Typ ist zumindest geblendet. Dann stelle ich die andere Heilung hier rein. Und wir bewegen uns nach oben. So, der kommt weg. Oh, der hat ein Schwert verloren. Was ist das für eins? Schicksalsschlag. Schaden, Angriffe, Waffenfähigkeit, Zerfall, Verlangsamung. Zieht dem Opfer bei jedem Angriff. Das ist ein richtig gutes Schwert. Also, wir müssen uns hier irgendwie weiter bewegen. Da liegt zwar noch irgendein Edelstein, aber wir müssen ohne den klarkommen. Die Reiter bewegen sich aber auch alle darüber. Ich möchte glaube ich Alpha am Rand der Karte entlang marschieren lassen. Das ist mein Ziel. Wo will ich hin? Was will ich machen? Aha. So, ihr könnt euch alle nicht so gut bewegen. Ich kann Alpha hier theoretisch wenn ich das Feld da anvisiere. Ich kann Alpha hier durch die Mitte laufen lassen. Ja, so viel dazu. Gibt es hier auch irgendeinen Ort auf der Karte, auf dem keine 5 Millionen Gegner stehen. Geht gerne irgendwo hin. Der Berg ist doof. So, die stehen alle recht gut für Massenangriff. Wenn ich die beiden hier ein bisschen anders sortiere. So. den komischen Geister weg mache. So. Stell ich noch eine Heilung dazwischen. Und lass die alle einen Schritt weiter laufen. Und du musst weg von hier. bist leider keine Hilfe fürs Erste. Ich stelle den irgendwo an Rand der Karte und hoffe, dass er nicht angegriffen wird. Weil den kann ich nicht retten. Der kann über die Berge ja gar nicht drüber gehen. Leider. Von da kommen Gegner. Von da kommen Gegner. Von da kommen Gegner. Von da kommen Gegner. Ah. Das Das funktioniert ganz gut. Jetzt ist halt nur die Frage, wie will ich das mit denen hier hand haben. Die können nicht, der kann nicht weit gehen. Und die anderen Reiter sind nicht so schlimm. Ich lasse Alpha einfach, ich versuche den jetzt da irgendwie am Rand rum zu mogeln oder so. Keine Ahnung. Und ich hoffe einfach, ich baue jetzt da drauf, dass es nicht unendlich viele von diesen schwarzen Seelen gibt, sondern dass der Strom an schwarzen Seelen irgendwann zu Ende ist. Das ist meine das worauf ich jetzt mich hier aufbaue. Das Ding da nehme ich aber mit Perle. Da war aber noch mehr. Objekte alle Ausrüstung Ausrüstung einberufbare Einheiten prüfen. Wusste ich gar nicht, dass es den Punkt gibt. Hier alle Objekte vom Boden aufheben. Vision der Grausamkeit Schaden Sichtweite physische Resistenzen ist ganz nett. So, ich muss mich jetzt hier aber irgendwie ein bisschen anders sortieren. Du gehst da raus. Das geht dahin, du gehst dahin. Ich hätte gerne meinen Magier weiter vorn, den brauche ich nämlich, den Massenangriff. Ich bekämpfe die einfach jetzt alle an diesem Schneegebiet. Die Reiter sind zum Glück nicht so schlimm. Boah, der hat nur einen Schaden gemacht? Uh, das wenig. Problem ist, bald wird wieder Nacht, dann kommt wieder die Army der Geiste auf uns zu. Ich hoffe, dass ich bis dahin die Reiter wenigstens weg habe. Wie lange Zeit haben wir noch? Zweiter Mittag. Da steht aber nicht wie viel keine Ahnung. Guckt euch das einfach alles an hier. So, und du schleichst dich jetzt ganz heimlich hier am Kartenrand vorbei. Okay, wir haben ein kleines Stück der Karte erkundet. Yay. So. Jetzt ist natürlich die Frage, Das ist schon mal sehr gut. Und Lethalia macht jetzt ihren Feen Massenangriff auf die. Und dann töten wir den. So, der ist weg. Wenn es eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich die beiden da wegkriegen würde. Die sind zwar vergiftet. Warte, kann ich nicht. Wo ist du? Kommst da nicht hin. Okay. Ähm. Okay, die sind schon mal recht low. 31. Wen kann ich da hinstellen? Dich kann ich da hinstellen. Ich meine, die sind vergiftet und wenn noch sonst recht gut angegriffen. Mit 31 kann ich den weghauen und dann dich da hinschicken, um ihn zu verlangsamen. So, das sollte schon mal ein bisschen helfen, wenigstens. Und dann würde ich sagen, wir gehen auch alle Mannen Obsidian nehme ich mit. Du kannst den da töten. Ähm. Du bist geblendet. geblendet. Ich würde dich gerne töten. Oh ja, das mache ich. Damit haben wir den gefährlich, die gefährlichste Einheit ist schon mal raus. Also die für uns gefährlichste. Ähm. Den da kann ich jetzt noch verlangsamen, theoretisch. ähm. Ich habe jetzt meine Heiler da relativ offen stehen. Das ist nicht ganz so gut. Will ich 11-3 auf den machen? Nee, eigentlich will ich den nur verlangsamen, weil töten kann ich ihn sowieso nicht. so 高 sagen du w Untertitelung des ZDF, 2020